Die Welt hat sich verändert. Die britische Gesellschaft hat sich verändert. Du hast einen Freigeist geheiratet. Der Versuch, sie zu zähmen, ist zwecklos. Deine Rastlosigkeit muss ein für alle Mal vorbei sein. Die Monarchie ist zu zerbrechlich, das hast du selber gesagt. Noch ein Skandal, noch eine nationale Beschämung und alles wäre vorbei. Ich habe verstanden, wer ich bin. Eine Frau des modernen Zeitalters. Frei zu leben, zu lieben und frei sich zu lösen. Wer hat der Monarchie mehr geschadet? Ich mit meinem Eigensinn oder ihr mit eurer Unmenschlichkeit? Vergessen wir nicht, dass sich England seit dem Zweiten Weltkrieg verändert hat. Dennoch verharrt die Monarchie in ihren Vorkriegsroutinen, als sei nichts geschehen. Was sollte ich Ihrer Meinung nach ändern? Alles. Nichts zu tun ist oft die beste Vorgehensweise. Geschichte wird nun einmal nicht von denen geschrieben, die nichts tun. Ich finde, die Leute haben ein Recht darauf, ihre Führer zu kennen. Besonders solche, die nicht durch freie und faire Wahlen rausgeschmissen werden können. Ich werde ihren Respekt verdienen. Im Augenblick bekleide ich einen niedrigeren Rang als mein achtjähriger Sohn. Es besteht absolut keine Möglichkeit, dass ich dir vergebe. Die Frage ist... Wie um alles in der Welt kannst du dir selber verzeihen. Wie um alles in der Welt zu treffen. Wie um alles in der Welt unters correctly. Cir cannabis nach affectriage und zu zweit und gleiche Zeit.